Ich bin Sarah von Marmot und ich würde euch gerne unsere neue Duran-Pent vorstellen, die wir für Winter 16, 17 auf den Markt bringen werden. Die Duran-Pent ist eine voll ausgestattete Tourenhose aus einem 3-Lagen Shell-Material mit einem leichten Stretch. Also ist sehr flexibel, ist voll ausgestattet mit Wasserdichtigkeit, ist atmungsaktiv, ist ganz leicht, sehr flexibel, ist voll ausgestattet als Skihose mit einer Oberschenkelbelüftung. Hier an der Seite, mit einem Zipper unten, mit einem Abriebschutz, mit einer integrierten Gamasche. Hat den Vorteil, dass sie eben auch beim Tourengehen nicht so steif ist, sie ist sehr angenehm zu tragen, hat einen super Tragekomfort und da eben optimal geeignet fürs Skitourengehen. Zweites Highlight unserer Snow Sports Kollektion ist die Marmot Cheeky Pen für die Ladies, die zum einen mal mit einem super Fitter herkommt, da so ein bisschen breiter geschnitten ist, super bequem zu tragen ist, mit einer Bovetextreilagen mit Warn, extrem widerstandsfähig und auch, ja, extrem widerstandsfähig ist und guten Wetterschutz bietet. Das Highlight ist mit Sicherheit die herausnehmbare Kunstfaser-Innenhose, die vor allem dafür sorgt, dass auch an kalten Tagen einfach wohlfühlend garantiert ist, Wärme garantiert ist und da einfach Schneespaß, Pouderspaß absolut garantiert ist.